Jo Leute, was geht? Wie ihr vielleicht bemerkt habt, kamen in den letzten drei bis vier Wochen keine Uploads mehr. Das lag daran, dass dieser Channel hier gehackt wurde. Und ja, ich habe jetzt schon einen neuen Channel und den werde ich jetzt einfach mal in die Beschreibung tun. Heißt, wenn ihr Bock auf mich habt oder sonst was oder die Instros mögt, die ich mache, dann abonniert mich einfach auf dem neuen Channel. Und ja, wir sehen uns dann. Haut rein. Ciao. Vielen Dank.